Auf den ersten Blick ein ganz gewöhnliches Parkhaus. Heute ist hier allerdings etwas weniger Platz für Autos. Denn das Parkhaus am Bahnhof in Grevenbruch wird anderweitig genutzt. Es müssen ja nicht immer die Modemetropolen Paris, Mailand, New York oder London sein, wo die neuesten Style-Trends herkommen. So zeigt sich nämlich auch einmal Grevenbruch von seiner modischen Seite bei der ersten Drive-In-Fashion-Show. Mit von der Partie Modeschöpferin Eva Brachten aus München-Gladbach mit ihrer neuesten Kollektion, die gerade erst fertig geworden ist. Ich fand das spannend, zum ersten Mal so eine Drive-In-Fashion-Show zu machen. Und was einfach toll ist, dass eben auch befreundete Labels, Designer von mir mitgemacht haben. Und es ist immer ein schöner Austausch und einfach auch mal eine andere Stadt, in der man sich eben präsentiert. Zum ersten Mal verwandelt sich das Parkhaus zum Laufsteg. Die Herbst-Winter-Kollektionen stehen unter dem Motto Garage-Style meets Elegance. Die Kleider, die auf dem Parkhaus-Catwalk präsentiert werden, zeichnen sich vor allem durch ihren lässigen Alltags-Style aus. Also ich habe viele Nächte durchgearbeitet, also das darf man nicht unterschätzen. Die Sachen sind handgemacht, dann noch das Organisatorische, also morgen bin ich, glaube ich, sehr müde. Modegeschäfte, Labels und Nachwuchs-Designer aus der Region haben hier eine Plattform, sich vorzustellen. Auch Stefanie Kaufmann aus Mönchengladbach überzeugt mit ihrer luftig-leichten Kollektion und ganz viel Seide. Sie ist sehr farbenfroh zum Teil, aber auch gedeckt. Es gibt gedeckte Farben, es gibt leuchtende Farben. Sie zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie immer sehr leicht wirkt, also weil ich auch viel Seide ja verwende. Und dass sie sehr vielseitig kombinierbar ist. Also alle Kleidungsstücke kann man auf mehrere Art und Weisen tragen. Das Parkhaus mutiert zu einem Geheimtipp für Modeinteressierte. Ein Modetreff unter Gleichgesinnten sozusagen. Also sehr, sehr schön. Aber ich bin überrascht, was man jetzt in so kurzer Zeit hier zustande gebracht hat, muss ich sagen. Der sonst so karge, graue Betonbau in Grevenburg hat sich also als Event-Location etabliert. Dort, wo sonst nur Autos parken, kann eben auch Mode Spaß machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017